Key Facts zu meiner Person, ich bin Unternehmensberater, Supervisor, Psychotherapeut und Willenvater. Ich werde die Session moderieren, die Diskussion auf der Bühne zum Thema Soul. Was man da erwarten kann, das bin ich selbst auch schon gespannt. An Therapeuten auf der Bühne, das wird ja schon spannend. Und die Teilnehmer und ich werden sie sehr intensiv dem Thema Seele von Unternehmen widmen. Also ich nehme schon an, es wird sehr grundsätzlich werden. Und hoffentlich sehr praxisnah. Ich hoffe, das Festival wird zu einer vernetzteren Community beitragen, mit einem deutlichen Schwerpunkt von einem humanistischen Menschenbild. Ich hoffe, das war's für heute.